Ja, das ist Weihnachtsstimmung, Killer, Digga, deine kriegt zur Weihnachtzeit nur einen dummen Fidget-Spinner. Ups, ist es denn 2017? Ich glaub, mein tausend Füße hat mehr als 2017. Ah, ah, jetzt wird die Weihnachtzeit hier aufgebracht, ich hab dein Geschenk ausgepackt und aus Versehen draufgekackt. Ups, ich schwör, das war ein Versehen. Bitte achtet euch auf Ramm, ich wollte keinem Vers zählen. Ich bin der Einzige, der Weihnachten rettet der beste Teil der, 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 Digger Freestyle. Ja, okay, machen wir mal hier, lassen wir mal hier Pause, ne? Okay, ein bisschen Pause, ja. Jetzt macht Spaß beiseite, Digger, macht euch doch ein geniales Fest auf mich, Totonode, mir zur Arbeit ein. A-Test, zwei Wochen, gell, verschreien, Glückspiel, filmt dich ziemlich geil, denn dadurch werde ich halt reich. Wir brauchen einen richtigen Rapper, wenn man so jemanden wie mich hat, warum übersteuern? Mein, ein Sport, ey, ja, was ist denn jetzt los? Ne, ehrlich, das sieht so aus, als würde ich übersteuern, was ist das für ein Bullshit, Digger? Ich habe meinen Text nicht weitergeschrieben, deswegen lapp ich einfach schnell drüber, dann wird das so, als hätte ich ein Doppeltime geschrieben, aber da habe ich eigentlich gar kein Doppeltime geschrieben, nein, das ist alles Freestyle-Grafie, mir einfach nicht mehr eingefallen ist, weil ich keine Ahnung habe, wie ich diese Stellen hier füllen soll, ich habe jetzt mal eine Pause gemacht, warte schnell wieder, tschüss. Ja, ich wünsche MF, du mein Freundesfest, ja, heißt ich bin ja ziemlich nett, nein, Spaß, ich finde deine Mocke schlecht, schließlich reimst du irgendwelche Sachen wie, äh, Burate-Batterien. Ich werde mir eine ziehen, ja, egale Substanzen aus dem Internet, ich fange nicht wie ein Fischernetz, geht vorbei. Wie kann man nur so schlecht sein? Wie kann man überhaupt mit einer Quale feiern, hä? Okay, aber habt ihr jemals so ein Beat-Switch gehabt, in so einer Qualifikation, so? Äh, wenn ja, dann liegt ihr eigentlich offensichtlich. Ach, scheiße. Hab jetzt irgendein Drum'n'Bass-Beat ausgesucht, ich kann gar nicht rappen, ich mach eigentlich nur mit welch sympathisch klingen, ganz sympathisch bin und ich hoffe, ich krieg Bonuspunkte. Danke, Mieti. Ja. Drum'n'Bass ist alter Shit, in nem Turnier voller Komiker bin ich, der beste Witz, ey, das ist selbte Shit, den ich hier echt aufbring, der wenn mich keiner puncht, muss ich mich eben selbst umbring, weil ich das Dinge gewinn, das ist ein Zweckrei-Massaker, schreibe das in der dritten Person. Ja, da lacht er, okay, zurück zu der First Person, immer an erster Stelle, weil ich euren Hals und dann den Nacken breche. Ich will, es müssen eigentlich 16 Zahlen sein, ich hab eigentlich nicht mitgezählt, aber ich glaub mehr hat mehr, es ist mehr, es reicht, passt. By the way, ich hab, ich hab keinen, was mischt oder Mastet oder sonst was, ich hab das Rohr aufgenommen, ich hoffe, das ist okay, äh, meldet euch, wenn ihr mischen könnt.